Hallo und herzlich willkommen zur Reihe Umwelt und Ressourcenökonomik. Ich bin Daniel von der Uni Ulm und in diesem Video lösen wir gemeinsam Übungsaufgaben zum Thema endliche Rohstoffe. Falls du nicht von der Uni Ulm bist, lade ich dich ein, dir unsere WiWi-Studiengänge anzuschauen. Für Bachelors haben wir ein cooles WiWi-Programm mit Schwerpunkt Data Science. Für Master einen spezialisierten Studiengang zur nachhaltigen Unternehmensführung. Außerdem haben wir jede Menge interdisziplinäre Studiengänge wie Wirtschaftsmathematik oder Wirtschaftsphysik. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Hier sind die Übungsaufgaben. Versuch sie jetzt erstmal selbstständig mit Stift und Papier zu lösen. Wenn du dann deine Lösung kontrollieren willst oder einfach nicht mehr weiterkommst, dann setze das Video fort. Schauen wir uns den generellen Aufgabentext als erstes an. Wir haben ein Hotelling-Modell mit 10 Länder, die durch eine inverse Nachfragefunktion P von Q gleich 50 minus 5Q beschrieben werden. Außerdem haben wir eine Art Kapitalmarkt, an dem wir Geld sicher anlegen können. Der Zinssatz ist allerdings I gleich 0%. Das heißt, wir bekommen einfach nur das Geld zurück, was wir angelegt haben. Aufgabe 1. Berechnen Sie die aggregierte inverse Nachfragefunktion der 10 Länder. Wie ich bereits im vorherigen Video betont habe, darf man an dieser Stelle nicht der Versuchung erliegen, einfach die gegebene inverse Nachfragefunktion eines Landes mit 10 zu multiplizieren. Auf diese Art und Weise können wir inverse Nachfragefunktion nicht aggregieren. Wir müssen einen Umweg über die Nachfragefunktion gehen, die nicht invertierte. Dazu formen wir die gegebene Gleichung P von Q gleich 50 minus 5Q um. Wir lösen sie nach Q auf. Wir bringen dazu die 5Q auf die andere Seite. Dann ziehen wir P auf beiden Seiten ab und teilen durch 5 und erhalten die Nachfragefunktion eines Landes 10 minus 0,2P. Diese Nachfragefunktion eines Landes können wir nun aggregieren. Da die 10 Länder die gleiche Nachfragefunktion haben, ist die Gesamtnachfragefunktion einfach das 10-fache von klein Q von P und zwar 100 minus 2P. Diese Gesamtnachfragefunktion, wie hoch ist die Nachfrage insgesamt gegeben eines Preises P, können wir dann wieder nach P auflösen, um zur inversen Gesamtnachfragefunktion zu kommen. Wie hoch ist der Preis gegeben einer gewissen Gesamtnachfrage? Wir bringen die 2P auf die andere Seite, ziehen Q auf beiden Seiten ab und erhalten P von Q gleich 50 minus 0,5Q. Die Nachfrage Q können wir auch mit der Abbaumenge R gleichsetzen und somit schreiben P von R gleich 50 minus 1,5R von T. Nochmals der Hinweis, diese Änderung von Nachfrage Q auf Abbaumenge R ist eine einfache Änderung der Notation bzw. die implizite Annahme, dass es keine Lagerstätten gibt, sondern alles, was aus dem Boden geholt wird, auch sofort konsumiert wird. Aufgabe 2. Stellen Sie die Hotelling-Regel für den Zinssatz I gleich 0% auf. Welches Verhältnis der Abbaumenge impliziert Sie? Allgemein lautet die Hotelling-Regel M2 gleich 1 plus I mal M1. Wir setzen einfach den Zinssatz 0% ein und erhalten M2 gleich M1. Die Marge in der ersten Periode ist gleich der Marge in der zweiten Periode. Was ist die Marge? Die Marge ist der Preis P für den Rohstoff minus die Kosten klein c, um den Rohstoff zu fördern. Da die Kosten fest mit 20 gegeben sind, können wir die Marge schreiben als 30 minus 1 halb R von T. Und nun können wir erkennen, dass wenn die Margen in den beiden Zeitpunkten I und II gleich sein müssen, dann müssen auch die Abbaumengen in den beiden Perioden gleich sein. R1 gleich R2. Aufgabe 3. Bis zu welchem Rohstoffvorrat S würde dieser vollständig abgebaut werden. Wir wissen aus der vorherigen Teilaufgabe, dass die beiden Abbaumengen in Periode I und II gleich sind. Wenn also alles abgebaut wird und die Abbaumengen in beiden Perioden gleich sind, bedeutet das logischerweise, dass in jeder Periode genau die Hälfte abgebaut wird. Wir müssen uns also nur noch die Frage stellen, wann wird S vollständig abgebaut und wann nicht. Die Bedingung dafür ist, dass die Marge mindestens 0 ist. Idealerweise ist die Marge positiv. Dann verdiene ich Geld durch den Abbau, da der Preis des Rohstoffs höher ist als dessen Förderkosten. In diesem Fall werde ich mehr und mehr abbauen, bis entweder nichts mehr abgebaut werden kann, da der Vorrat erschöpft ist, oder bis die Marge 0 wird. Ist die Marge 0, verdiene ich kein Geld mehr durch den Abbau und eine weite Förderung würde sich nicht lohnen, da insbesondere dadurch der Preis des Rohstoffes noch weiter sinken würde und ich sogar einen Verlust machen würde. Das heißt, wir suchen nun nach der Abbaumenge, bei der die Marge genau 0 wird. Da die Marge als 30 minus 1,5 R von T gegeben ist, ist dies genau bei einer Abbaumenge von 60 der Fall. Und da in beiden Perioden dasselbe abgebaut wird, bedeutet das, bis zu einem Rohstoffvorrat von 120 Einheiten wird alles abgebaut. In dem Fall 60 in Periode 1 und 60 in Periode 2. Aufgabe 4. Sei es nun nicht 120, sondern 100. Berechnen Sie die Abbaumenge und die Rohstoffpreise. Von der Hotelling-Regel und dem gegebenen Zinssatz können wir weiter daraus schließen, dass die Abbaumengen in beiden Perioden gleich sein müssen. Aus der letzten Aufgabe wissen wir zusätzlich, dass bis zu einem Vorrat von 120 Einheiten alles abgebaut wird. Bei 100 Einheiten wird also erst recht alles abgebaut. Die logische Konsequenz aus diesen beiden Gleichungen ist, dass die Abbaumengen in Periode 1 und Periode 2 genau 50 sein müssen. Die Hälfte von den 100. Der Preis ist in dem Fall P gleich 25. Und damit haben wir auch eine Marge von 25 minus 20 gleich 5. Aufgabe 5. 5 von den 10 Ländern wollen ihren bisherigen Verbrauch des Rohstoffes halbieren. Berechnen Sie die neue aggregierte inverse Nachfragefunktion. Fünf Länder werden weiterhin durch die inverse Nachfragefunktion 50 minus 5Q beschrieben. Die anderen wollen die Nachfrage, die sie bisher haben, halbieren. Wie hoch ist diese? In der letzten Aufgabe haben wir berechnet, dass in jeder Periode 50 Einheiten des Rohstoffes abgebaut werden. Da dies durch zehn Länder erfolgt, haben wir einen Abbautempo von fünf Einheiten pro Land und Periode. Die fünf Länder, die nur nun ihren Verbrauch halbieren wollen, dürfen also nur noch zweieinhalb Einheiten pro Periode fördern und verbrauchen. Das heißt, die neue Gesamtnachfrage Groß Q von P ist gegeben durch die Summe aus 5 mal 10 minus 0,2 P, die Länder, die ihr Verhalten nicht ändern, und 5 mal zweieinhalb. Das sind die Länder, die ihren Verbrauch halbieren wollen. Insgesamt erhalten wir 62,5 minus P. Wir können auch diese Gesamtnachfragefunktion in eine inverse Gesamtnachfragefunktion umformen und erhalten 62,5 minus Q. Aufgabe 6. Gibt es in diesem Beispiel Carbon Leakage und falls ja, wie stark schmälert es die Einsparung der fünf Länder? Die fünf Länder senken ihren Verbrauch des Rohstoffes pro Periode von fünf Einheiten auf zweieinhalb Einheiten. Fünf Länder mal zwei Perioden gibt zehn, mal zweieinhalb Einsparung gibt 25. Doch wie viel wird nun tatsächlich eingespart und wie viel verbrauchen die anderen fünf Länder dafür umso mehr? Die alles entscheidende Frage, um diese Frage zu beantworten ist, wird bei der neuen inversen Gesamtnachfragefunktion P von Q gleich 62,5 minus Q überhaupt noch alles abgebaut. S ist weiterhin 100 und es gilt auch weiterhin R1 gleich R2. Die Marge ist nun allerdings gegeben durch 42,5 minus Q und diese Marge wird bei Groß Q gleich 42,5 Null. Es wird also nicht mehr alles abgebaut, denn in jeder Periode 42,5 gibt 85 insgesamt. 15 Einheiten des Rohstoffes verbleiben in der Erde und werden nicht gefordert, da es sich nicht lohnen würde. Es wird nicht alles abgebaut, sondern wir haben R1 gleich R2 gleich 42,5. Der Preis bei dieser Abbaumenge ist 20, die Marge, wie wir bereits festgestellt haben, genau 0. Es gibt also auf jeden Fall Carbon Leakage, da wir eine Preisreaktion haben. Die Frage ist, wie stark ist das Carbon Leakage? Statt 100 Einheiten wie in Aufgabe 4, werden nun nur noch 85 Einheiten abgebaut. 15 Einheiten weniger. Immerhin. Allerdings sparen die 5 Länder, die ihren Verbrauch reduzieren, 25 Einheiten. 10 davon verbrauchen die anderen 5 Länder dafür umso mehr. Das heißt, Carbon Leakage senkt die Einsparung an dem Rohstoffverbrauch, in dem Fall um 10 Einheiten. Eigentlich müsste es eine Reduktion um 25 Einheiten geben, es gibt jedoch nur eine Reduktion um 15 Einheiten. Soweit von meiner Seite. Wenn dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und klick auf Abonnieren. Bis dahin! Dramatikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik